Gesucht wird Jesus Christus. Angeklagt wegen Verführung. Anarchistische Tendenzen. Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen. Narben bei Händen und Füßen. Angeblicher Beruf. Arbeiter. Arbeiter. Nationalität. Unbekannt. Decknamen. Menschensohn. Friedensbringer. Licht der Welt. Erlöser. Gesucht wird Jesus Christus. Christus Christus. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass wir euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so wie ich weiss, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, er hat er versucht, mich zu überzeugen. Wie gesagt, halt deine Schnauze. Ich habe nicht gesagt, halt deine Schnauze. Ich habe nicht gesagt, halt deine Schnauze. Besucht wird Jesus Christus. Jesus Christus. Angeklagt wegen Verführung. Anarchistische Tendenzen. Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen. Narben bei Händen und Füßen. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass wir euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so wie ich weiss, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, er hat er versucht, mich zu überzeugen. Wie gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, ich habe keine Schnauze. Er hat eine Pfeil zugenommen. Er hat ihm in die Fresse geholt. Das hat er gemacht. Gott, du bist sauer. Er hat eine Pfeil zugenommen. Er hat ihn in die Fresse geholt. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Er hat eine Pfeil zugenommen. Er hat ihn in die Fresse geholt. Das hat er gemacht. Er hat ihn in die Fresse geholt. Besondere Kennzeichen Narben bei Händen und Füßen Angeblicher Beruf Arbeiter Das hat ihr gemacht! Du dummes Sau! Und das können die auch passieren! Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten! Entweder die, die nicht zu dem Gesinn gehören, schmeißen die anderen raus! Oder sie haben ihr Geld die Leute bezahlt! Auf Wiedersehen! Du dummes Sau! Aus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.